Am vergangenen Freitag gab es in NRW für alle Schülerinnen und Schüler Halbjahreszeugnisse. Die heiße Bewerbungsphase um einen Ausbildungsplatz beginnt also jetzt. Für alle Interessierten lohnt sich ein Blick in die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Dortmund. Dort gibt es über 1200 Ausbildungsangebote für den gesamten Kammerbezirk. Ausbildung im Handwerk ist eine perfekte Grundlage für den Start ins Berufsleben und die Karriereplanung junger Menschen. Handwerk ist ein zukunftssicherer, nachhaltiger und besonders krisenfester Wirtschaftsbereich. Mit einer handwerklichen Ausbildung können junge und engagierte Menschen die Energiewende, nachhaltiges Bauen und die Digitalisierung konkret mitgestalten. Das Beratungsteam Dantwerkskammer Dortmund hilft gerne beim Finden des gewünschten Berufes sowie beim Erstellen diverser Bewerbungsunterlagen. Das Team ist auch bei WhatsApp zu erreichen. Außerdem bringt unsere Lehrstellenbörse Bewerbe und Betriebe zusammen, selbstverständlich kostenfrei und auf unserer Homepage. Bewerbungsunterlagen 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 Bewerbungsunterlagen